Okay, ich find den Eingang wieder nicht. Ich mach, ähm, Ding-Taktik. Crazy-Bitch-Taktik. Ich find den Eingang nicht. Oh, hier kommt man wirklich nicht lang. Oh Gott, die ganzen Kühe. Ach komm, da habe ich keinen Scheiß. Du weißt, dass meine Sachen noch da lagen, oder? Ja. Oh, das ist keine gute Idee, was ich gerade mache. Ich glaube, ich weiß selber, dass das gerade keine so eine schöne Idee war. Schau mal, wie es jetzt aussieht. Ich lauf durch alle Mops durch. Einfach Turbo. Ich konnte deine Sachen... Nee, ich hatte die meisten aufgenommen, Erik. Da liegen sie noch, schau. Ich bin gleich im Arsch. Erik, da liegen sie noch. Lass den Creeper nur zu mir locken. Wo ist denn der scheiß Eingang vor dem Ding jetzt? Der war doch hier im Wasser, oder? Alter. Ja, aber ich habe deine Sachen alle aufgenommen, das ist alles in Ordnung. Ja, das sollte ich nicht machen. Wieso können wir nicht einfach mal fackeln? Ah, da ist eine umsonst. Ich glaube, es hat auch... Ich falle auf mich halt eher. Ich habe so ziemlich alles. Crazy, oder? Cool. Ich glaube, ich muss noch mal irgendwo herlaufen, weil so wird das nicht. Und nachdem mein Inventar voll ist, kann es sein, dass ich wirklich alles von dir habe. Also hier unten waren eigentlich nur Supplies. Also das geht anscheinend da an der Seite weiter. Und ich weiß auch, wieso du nicht hochgekommen bist. Weil es da nicht zum Hochkommen ging. Ich habe doch gerade was gesehen. Verdammt, da. Da ist es. Du hast es gefunden. Ich werde halt verfolgt. Jetzt bin ich halt echt einmal voll beschissen irgendwo rumgelaufen. Oh, ich tue noch ein bisschen Eisen sammeln. Ich weiß es. Ich habe in den letzten Moment noch irgendwo weggesnipert. Da habe ich schon den Schuss gehört. Hey. Are you inside? Ja. So, also ich habe hier aber alles... Ich mache ruhig rein. Alles in die Kiste. Wie viele Äxte der hier uns reinlegt, weißt? Hast du noch Fackeln gehabt? Ja. Schon. Essen, Essen, Essen. So, ich bin optimal ausgerüstet. Also, naja, ein Schwert. Ein besseres Fett. Naja, ich kann auch mal Äxte benutzen. Ups. Ich habe da zwei Schwerter. Ein Schwert. Schwerter habe ich. Ich brauche Spitzhacken. Dafür fehlt mir der Koppel. Ich habe dir da Koppel hingeworfen. Cool, danke. Jo, weiter geht's. I'm ready. Kommst du? Wie gesagt, ich brauche noch was. Oh hell hier, was ist denn das hier? Ein unterirdisches Mushroom-Biom? Ich glaube, ich soll das wieder schon selber gemacht haben. Oi. Dein Donner ist gerade schnell. Jo, hier sind Mushrooms. So. Oh, da ist sogar eine große. Du bist da? Achso, ne, du da oben. Oben ist Eisen. Rote Pilze. Ja, es ist unterirdisch. Mit Säulen. Noi. Creep Alarm. Ach, genau dazwischen. Bist du einfach reingeschaut, oder? Ja, ja. Wieso ist das schon wieder kaputt? Ach, das ist immer noch das. Töte es. Boah, krass. Geht hoch. Das warst du. Ja, kann sein. Das Sätzen mit S&P, das jetzt nicht weit weg ist. Ich würde sagen, wir fangen von links an, oder? Ach man, echt. Genau, ja, komm. Haben wir Chess gefunden. Sehr gut. Nee, shit. Auf dieser linke Seite sehe ich kaum was. Beziehungsweise nichts. Rechn ja aber schon mal alles mit. Da oben ist ein... Auf die Dings sind Spinnen. Auf dem Pilz. Ja, es kann sein, dass auf den Pilzen sich... Äh... Äh, Spawner befinden oben. Das kann gut sein. Nee, da sehe ich keinen. Das ist halt beschissen, weil die dann einfach von unserem Kopf fallen, wenn wir nichts checken. Ja. Würde ich aufpassen. Schauen wir mal uns um. Tatsächlich abfackeln oder sowas? Ja, ganz ehrlich, da oben ist ne Chess. Hier ist ne Chess auch. Hast du die? Die hab ich, das ist genau die, die ist leer. Also hab ich leer. Aber schau mal, ich sehe da rechts nen Weg. Siehst du's? Da hinten? Ah ja, sehe ich den hier. Egal, jetzt suchen wir hinten. Das hier ist ein leer. Da ist ne Chess. Da ist ne Chess. Da ist ne Chess. Da ist ne Chess. Da ist ne Chess, aber egal. Da ist ne Chess, aber irgendwie geil. Erik. Bitte. Wird ihr ne Chess? Bisschen. Jetzt geht's schon im Müde. Zug. Ich habe da hinten Zucker gefunden, keine Ahnung. Irgendwie nutzlos. Da oben sehe ich leichte Licht-Bugs. Kommt er von hinten. Ich war da auch um der Ecke, ne? Friss das, Zombie! Oh, hier haben wir Gravel. Oh, Gravel. Pass auf, okay. Ja, ich war weg, also es hätte nichts gemacht. Ja, ich sehe nichts außer Licht-Bugs. Diese blöden Skeletons echt. Ja, genau, ja. Friss drei Pfeile, ohne dass du Schaden nimmst. Lass uns mal hier seitlich weiterarbeiten. Ich resupply mich so. Achso, mach mal ein bisschen entfackeln, genau. Das ist nicht schlecht. Die können wir echt gut ausleuchten mal. Eisen nehme ich auch ab und zu mal mit. Hier oben war doch eine Kiste, oder? Über mir. War da nicht oben eine Kiste irgendwo? Weiß ich gar nicht. Ja, genau. Mach deine Kumpels tot. Und dich selbst. Da oben ist sie, an dem Vorsprung. Kannst du die abfackeln, die Pilze? Nee, aber hier oben ist eine Kiste. Bei der Säule. Ah, nur Schrott. Und ein guter Überblick. Also hier sehe ich nichts. Also da hinten ist der einzige Weg, der wohl weiterführt, ne? Also machen wir das doch. Creeper links. Creeper links. Danke. Geh doch, ne. Keine Ahnung. Der hat ja nicht mal irgendwie gezischt, oder so. Geh halt hoch, ja. Alter, um die Kurve schießt der Typ. Die Bogenschützen haben schon drauf. Die schießen über ihr einen Rücken. Und über Kurven. Ach, verschwind doch das Ding nicht jetzt. Wieso? Ein Flint und ein Stil. Ja, Stil. Das ist doch hier überall. Oh, jetzt genau geht's aus. Wir müssen eh da runter. Da oben sind einfach Skreletons und alles. Das ist voll behindert. Alter! Ich muss ein bisschen weg. Ich habe nicht mehr so viel Life. Hilf mir mal. Ja, ich habe eine Schaufel gepackt. Hilf mir mal. Genau. Ups. Das war dein Head. Oh Mann. Ich dachte schon, wo ist noch einer? Von hinten! Ich war's, ich war's. Ich gebe's zu. Ja, wir müssen da rüber, Eric. Jetzt sind wir hier durch. Ja, wir müssen da so seitlich. Ich habe keine Fackeln mehr. Geh wieder mal runter, oder? Aber ich habe noch genug. Ne, ich habe genug. Oh, was? Hinter dir. Jo. Gehen wir da lang. Gold. Jo, dann müssten wir den Block ja zusammen haben, oder? Wo? Abgele, die Zähre ist tot. Achtung, Achtung. Komme, ich komme. Ein, ein Herzen. Das ist ein Schuss von den Viech. Ich gehe in die Entdeckung. Creeper oben links. Ich brauche eine kurze Pause. Wenigstens drei Läden. Dann geht's fast. Jo, ich habe die Creeper, äh, die. Alle, alle down. naja hier ist lapis soweit ich weiß brauchen wir lapis nicht nimm es einfach mit kostenlos genau ja genau 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 tauch einfach auf ich hab den schuss abgefangen so ein krasses wie ich einfach es trifft immer aus jeglicher position das hat eigentlich gar keinen sinn das ganze hier zu clearen eigentlich nicht aber äh hast du noch eine eisenspielsacke dabei? ne hab ich nicht auch kein eisen dabei ne ich hab ein bisschen was aber sie müssten jetzt schmelzen ein slime hier ist ein junk ich bin hier übrigens an der seite also du könntest einfach hier mal zu mir kommen ich weiß nicht was du da hinten noch machst ich mache uns naja sagen wir mal gold ach so ok ich hab ein kleines problem mir fehlt ein wood ein wooden plank hast du eins? ja ja ich hab eins zwei sticks würden auch reichen ich werf's dir hier an die seite hin ich werf's dir hier an die seite hin da hinten ja hast du zu wenig ja 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 hm kommst doch da noch locker hin ja ja komm schon hab's dann okay der blöde creeper auf diesem ding yo ich hab die fleece box sehr geil dann ging es ja recht schnell oh cave spider ja genau nein 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 ja genau ich werde sterben oh doch nicht krass war ja noch überlebt hinter dir ja ja i hihihi j j j apply